Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zock-Andy, wir spielen heute wieder Blue Star Defense 5 und wir sind wieder auf unplatzbar Reverse unterwegs und zwar auf Nordpol, so unplatzbar meiner Version Reverse und los geht's Leute, wie versprochen heute weniger Spike Factories, mehr richtige Tower, aber ein oder zwei können ruhig sein so, schauen wir sie mal um, wo kommen die jetzt raus, hier, okay, so wie gesagt ein oder zwei können sein so, dann macht man das hier im besten Winfenluft, so machen wir das hier unten gleich, genau, zack, boom, bang, Taktik die sind ein bisschen schief hier, aber okay so, Wave 3, jetzt können wir durchraschen, die haben eine schöne lange Fahrt hier, bis sie hier rüben sind Wave 4, Leute wir sammeln Geld, wir sind auf unplatzbar Reverse unterwegs, aber das sollte kein Problem sein wird eine schöne Runde werden so, jetzt sammeln wir mal Geld, dann mal die Bananenplantage haben und dann schauen wir mal weiter ich habe unplatzbar noch nie geschafft ohne Bananenplantagen, das ist einfach nicht machbar aber mich würde es jucken, es zu versuchen, aber es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, Leute also ich würde sagen, scheiß drauf, wir probieren es einmal unplatzbar ohne Bananenplantage, das wird was werden, holy shit da freue ich mich drauf auch wenn ich nicht daran glaube, dass wir es schaffen aber versuchen kann man es ja wir versuchen es so, geht schon ziemlich ab hier zack, boom, bang so, jetzt müssen wir den langsam haben hier das Affendorf ist doch sehr wichtig so, jetzt haben wir diesen Tower hier den stellen wir schön in die Mitte so und dann würde ich sagen, wir nehmen einen Heli der ist zwar brunzteuer, aber es ist ein guter Tower und die Spike Factory müssen wir auch noch ein bisschen upgraden wir versuchen jetzt unplatzbar Reverse ohne da müssen wir nachlegen ohne Bananen Factory also das kann ja fast nicht gut gehen aber wir probieren es trotzdem so, haben wir ordentlich nachgelegt hier jo, das reicht so, weiter geht es mit Wave 14 kurz noch gucken hier wir werden jetzt den hier mal nehmen hier geben wir dann ein paar Towerchen Wave 15 Wave 16 Wave 17 18 jetzt müssen wir als Stahlblumen ready das Ganze hier machen ich habe schon eine Idee, wie wir das machen Blumenchipper hier hin der saugt die alle auf gleich Wave 20 21 22 23 24 25 locker zackig flockig geht es hier voran 26 27 27 28 das waren die Stahlblums und 29 30 31 31 und 32 so, jetzt müssen wir das hier dann upgraden langsam so, 33 haben wir das sind die Camon Flugs kein Problem kein Problem soweit Wave 34 ich überlege gerade zum aktivieren oder oder die linke Seite ich kann mich nicht entscheiden aber ich würde sagen wir nehmen hier die linke Seite und das auf Max Upgrade Tier 4 dann hier nachher Wave 36 Wave 36 Wave 36 Wave 37 wave 39 wave 39 join wir den hier schön herschön drei upgrade hier so, das machen wir dann nochmal macht schön Damage hier Wave 40 sind wir so, dass machen wir dann noch mal 41 Mal schauen, ob wir es schaffen ohne Bananen Factory auf unplatzbar. Das wäre das erste Mal. Ich bin echt neugierig. Ruf 42. 43. 44. 45. Und nächste Runde kommt der Boss. Ruf 46. Da ist der Boss und da war er. Ruf 47. Ruf 47. Sehr viele Keramics waren das. Ruf 48. Ruf 48. So, ich speise gleich auf das hier. Damit wir ein bisschen mehr Kohle kriegen. Weil wie gesagt, Bananen Factory gibt es nicht. Wir müssen jetzt ohne Haus kommen. Ich bezweifle zwar, dass wir es schaffen, aber probieren wir es auf jeden Fall. Ruf 49. Es geht wirklich überraschend gut, muss ich sagen. Zack. Ruf 50. Ruf 51. Wir nehmen auch gleich das Auge dann. Ruf 52. Ruf 53. Ruf 53. Ruf 53. Ruf 53. Ruf 53. So, jetzt nehmen wir dieses Upgrade hier. Dann gehen die auf die Camonflaks auch. Ruf 54. Oh, jetzt müssen wir nachlegen. Oh. Das. Ist mehr wie fällig hier. Da muss man ein bisschen nachlegen. Aber kein Problem. Ruf 55. So. Auge ist gleich ready. Ruf 56. Ich habe jetzt. Die sind abgegradet soweit. Jetzt ist Boss Upgrade. Ruf 57. Ruf 58. Ruf 58. Ruf 58. Ruf 59. So, wir brauchen jetzt nur ein bisschen mehr Damage. Das heißt, wir werden jetzt den mal nehmen hier. Und den hier. Wave 60. Wave 61. 62. Nächste Runde wird dreckig. Die 63er wird dreckig. Leute, ohne Bananenfarmer. Ohne Bananenfarmer vom Platzpaar und noch dazu Reverse. Das wird eine geile Sache. Echt neugierig, ob wir das hinkriegen werden. So, das ist jetzt die 63er. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, ob wir den hinkriegen hier. So, Max Upgrade haben wir. Wir haben sie noch mal stoppen können. Aber da kommen mehr solche Waves. Das ist nicht einer, aber es geht. Es geht. Es geht. So, dann nehmen wir den hier. So, Wave 64. Wave 65. So, dann nehmen wir hier unten noch mal noch so einen. Wave 66 einmal übrigens. Wave 67. Move by range here. Wave 67 noch. So, Wave 68. Wave 69. Keramikherzen werden wunderbar rausgesaugt. So, hier nehmen wir jetzt direkt super monkey. So, hier nehmen wir jetzt direkt einen super monkey. No, schönes plätzchen. Zuerst kriegt der range. So, hier nehmen wir jetzt Dass er überall hinballern kann. Und dann power. Wave 71. Wave 72. Wave 72. Wave 74. Wave 74. Wave 74. So, wir kommen wirklich überraschend gut verlangt. Also wirklich ohne Bananen-Factory. Auf unplatzbar. Das soll mal jemand nachmachen. Das läuft richtig gut gerade. Wave 75. Wave 76. Oh, jetzt wird's dreckig. Wow, wir haben das noch hingekriegt. Die beiden hier haben es gerockt. Die Reißnagelwerfer. Wave 77. Wir nehmen hier die rechte Seite. Wave 77. Oh oh. Jetzt wird's schon heiß hier, Leute. Aber es geht noch. Es geht noch. Er kriegt jetzt auch sein Upgrade. Wave 78. Zack. Haben wir den hier. Und geschafft. Gleich ist sie um. Haben wir das noch hingekriegt? Und einer Stoß noch. Okay. Wave 79. Wir müssen die erfolgreich zurückdringen. Bis jetzt haut das nur hin. Aber wer weiß, wie lange noch. So. Dann können wir uns den hier auf Max leisten. Sehr schön. Wave 80. Die Bosse machen das alles zunichte, aber dafür platzen sie auch gleich. Wir brauchen nur eine zum Aktivieren. Eine Spike Factory. Eine zumindest zum Aktivieren. Die wäre echt nice. Die nehmen wir hier. So. Wave 81. Wave 82. Wave 82. So. Jetzt wird's aber langsam knapp. Das zum Aktivieren haben wir. Nehmen wir das mal probenweise hier. Der macht hier alles dicht. Okay. Es sieht wirklich gut aus, sodass wir unplatzbar ohne Bananen Factory in Reverse Modus schaffen. Ich glaub's selber kaum, aber es sieht wirklich gut aus. So. Was können wir noch machen? Ähm. Hier nur einen. Der soll auch auf dem stärksten gehen. Wave 83. Noch ein zweiter zum Aktivieren wäre vielleicht nice. Oder was könnte man noch nehmen? Ich überlege gerade. Hele ist ziemlich teuer. Das wird sich jetzt so mit einem rausgehen. Nehmen wir einen zweiten zum Aktivieren noch. So. Wave 84. Es könnte knapp werden. Aber es geht sich aus. Es geht sich aus. Es geht sich aus, Leute. So. Zweimal aktivieren. Ready? Dann machen wir noch den hier. Wave 85. Da kommen sie. Die Grünen. Ah, Alter, Leute, ohne, ohne Scheiße, wir machen nur ein freies Spiel. Ohne Bananenfactory haben wir unplatzbar geschafft. Wow, ohne Scheiße, dass das überhaupt möglich ist. Nice, man. Das ist echt eine Sensation. Das erste Mal ohne Bananenfactory auf unplatzbar. Ich bin echt stolz. Das ist eine geile Leistung. So, weiter geht's mit Wave 86. Wave 86 haben wir. Wird nur so ein Piramir nehmen. Noch einen. Wir werden hier runtergeben. Wave 87. Wave 87. Wave 88. Kommen wieder einige Grüne. So, ich hoffe, wir konnten den jetzt ein bisschen aufhalten. Noch mal zum Aktivieren. Zwei zum Aktivieren ist schon sehr wenig hier. Aber okay. Wave 89. Zwei zum Aktivieren. So, jetzt wird's wirklich kritisch hier, ich glaube jetzt kriegen wir auf den Latz gleich, kommen die grünen schon da rüber, ja im Moment kommen wir sogar noch klar, das wundert mich echt, so der Superman hier ist auf Max Stufe auch, dann machen wir nur eine Nagelfabrik auf Max Stufe, ich überlege nur wohin, vielleicht hier irgendwo wäre passend, aber da muss dieser Tower hier weg, so, dann können wir das nehmen, Wave 90! Supermanke aktivieren hier, Wave 90 Leute, ohne Bananen Factory, auf unplatzbar reverse, Alter, ohne Scheiß, ich bin echt stolz drauf, das ist nicht easy! So, können wir den jetzt langsam mal abtrainen hier? So, dann kommen wir auch auf Max! Wave 91! Max Stufeinzig! Max Stufeinzig! Untertitelung des ZDF, 2020 So, Wave 91 haben wir, Leute. Wunderbar, irgendwie das Ganze hier. Ich kann noch einen Blumchipper nehmen hier, wenn ich einen Platz finde. Und noch einen. Immer schön den stärksten soll er natürlich raus, das ist klar. Wave 92? Wunderbar, ich habe nicht gedacht, dass wir so weit kommen hier. Wie gesagt, ohne Bananenplantage, das wundert mich jetzt echt schon. So, jetzt wird es aber langsam kritisch hier. So, jetzt haben wir es hinter uns. Jetzt haben wir es hinter uns. Aber es hat Spaß gemacht. Und das ohne Bananenfactory, also echt, das ist eine Leistung, finde ich. Echt geile, nette, runde, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Wenn ihr Bock habt, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020